Wie gesagt, es ist so eine Gier, eine Gier immer wieder, sich mit den Großen zu messen, den Großen auch zu ärgern. Letztes Jahr haben sie es in der Champions League schon geschafft, dass sie bis ins Halbfinale gekommen sind. Und sich nicht zufriedenzugeben mit Zwischenzielen, sondern immer weiterzumachen. Und dementsprechend auch Menschen wie den Julian Nagelsmann zu holen und den Markus Kröscher, dass sie einfach, das sind Leute, die sich weiterentwickeln wollen, die hungrig sind und die sich nicht zufriedengeben mit zweiten Plätzen, sondern die wirklich etwas zählbares in Form von Titeln einfach sammeln möchten.